Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zahn und grüße euch recht herzlich zu Let's Play SimCity 5 oder einfach nur SimCity. Ich werde mich nie dran gewöhnen, das ist wie immer geschlossen. Wir brauchen mehr Strom. Strom müsstet ihr jetzt aber sowas von haben. Wenn denn dann alle, schauen wir mal, wir haben einen Überschuss, es wäre schön, wenn ihr davon auch etwas mitbekommen würdet. Oder ist der Strom jetzt auch mit dem Verkehr verbunden und kommt nicht zu den Häusern durch, weil die Straßen voller Autos sind. Worauf wollte ich eben hinaus, bevor ich gemerkt habe, dass wir schon längst wieder über die Zeit sind? Genau, folgendes. Spiele heutzutage, da ist es ja oft so, gerade Minecraft ist da der Vorreiter, dass man Spiele, also früher, vor dem Internet, hat man Spiele einfach erkundet und sich viel Zeit nehmen müssen, um das Spiel wirklich zu beherrschen. Heute ist es so, ein Spiel kommt raus und zwei, drei Tage später gibt es ein ganzes Wiki dafür, in der man dann alles nachlesen kann, wie das Spiel perfekt funktioniert, auf die genauen Zahlen, genau die Formeln ausgerechnet, die Algorithmen dargelegt. Ja, ich weiß nicht, ob das, ich meine zum Beispiel bei Don't Starve ist es ja nicht verkehrt, da funktioniert es ja irgendwie, da man ja ganz viel zu entdecken hat und man ja trotzdem Vorkehrungen bereiten muss, Vorkehrungen treffen muss, um dann eben zum Schweinefürsten zu kommen oder so. Und, ja, aber beim Spiel wie SimCity, da finde ich das, ähm, jein, weil ein Großteil des Spiels, des Spielspaßes, liegt ja eben darin, zu, mehr selbst rauszufinden, wie die Stadt am besten wächst. Von daher, ähm, ja, bin ich da kein Fan von, jetzt am Anfang gleich alles perfekt da zu schauen, wie es perfekt funktioniert, um dann das anzuwenden, wenn es auch anders geht. Ähm, ich habe gehört, dass, wenn man die, äh, Gewerbegebiete, ich habe gehört, haha, eben sage ich noch, finde ich total blöd, wenn man sich da einliest, jetzt sage ich, ich habe gelesen, dass, wenn man die Gewerbegebiete in die Wohngebiete baut und damit, ähm, zum Beispiel hier, es gibt tolle Läden zum Shoppen, ah ne, okay, dann ist das für euch okay. Weil nämlich eine der großen, äh, Boosts, die man haben kann, zu verkaufen, äh, die man machen kann, ist dann tatsächlich, wo ist das andere? Hier, ne? Ja, ne, irgendwo neben dran, ich finde es nicht. Es muss doch hier sein. Naja, lass mal, bevor wir es abreißen, was nicht soll. Ähm, wenn man Gewerbegebiete in die Wohngebiete reinbaut, das gibt einen Boost, weil die Leute dann ruckizuckig noch einkaufen können und ich überlege gerade, ob wir es doch nicht machen sollen, denn die Leute fahren ja jetzt, äh, hier rüber zur Arbeit und dann hier zurück, aber dann doch bei den Gewerbebienen vorbei. Hm, das passt schon. Naja, 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 ach, sieht das schön aus, sieht das schön aus, uh! Und wir haben Strom und, äh, Wasser alles wunderbar gemacht, gemacht, ähm, gelöst. Wir schauen, ob wir dann, äh, zukünftig nicht dann doch den Reaktor der zweiten Generation, was ist bei euch? Oh, Upgrades, sehr gut. Forschungsprojekt können wir uns noch nicht leisten, oder? Ne, oh, wir haben ja schon 213.000. Wie viel kostet das nochmal? 300.000. Hm, da können wir doch einen Kredit aufnehmen, oder nicht? Wir haben schon lange keinen Kredit mehr aufgenommen. Äh, Kredit C, lasst uns die hier abbezahlen. Und neue aufnehmen. 100.000 annehmen, sehr gut, jetzt noch eine Stunde warten. Und dann werden wir das Forschungsprojekt der, ähm, Reaktoren der zweiten Generation starten, um dann unser Kernkraftwerk zu verbessern, um dann, äh, im nächsten Schritt auch die Region mit Strom zu versorgen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, bei, äh, 4 von 10, genau. Äh, der thermische Reaktor der zweiten Generation, haben wir das jetzt gemacht? Ja, wir haben das ganze Geld ausgegeben, und jetzt bin ich mal gespannt. Ah ja, 0% erforscht. Das Blöde ist jetzt, dass das Forschungsprojekt ja leider nicht weiterläuft. Wenn wir in die andere Stadt gehen, das machen wir jetzt aber, denn wir wollten ja in Las Vegas, ähm, eine Glücksspiel-Metropole bauen. Und, äh, ah, wir müssen noch in C wie großes Industriegebiet. Ich glaube, heute nehme ich, äh, mehr auf. Ah, aber ich darf das zeitlich nicht aufzunehmen, dann zu rendern und hochzuladen, so dass ihr alle, äh, das hier heute sehen könnt. Von daher, hm, 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 hm. Lassen wir das Wego noch kurz, äh, beiseite, nichtsdestotrotz, denn wir haben jetzt lange genug auf Guido gewartet, um in C wie großes Industriegebiet endlich unser Geld zu bekommen. Und, äh, dort ist der Verkehr, äh, da fließt ja praktisch wie, äh, der Rhein, den Rheinfall runter. Ähm, oh, ein sehr schönes Bild. Erst staut er sich und dann, bing, ne? Ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, und dann bauen wir hier, aber es sind auch nur 100.000, ich meine, so viel ist das ja auch wieder nicht. Dann bauen wir hier noch, äh, die ein oder andere Kohle-, Öl- und Eisenerz-Abbau-Station, Abbauanlage, besser gesagt, um dann noch mehr Geld zu scheffeln, um dann in C wie großes Industriegebiet die Region so weit mit Geld zu versorgen, dass da gar nichts mehr schief geht. Und, ähm, von hier aus auch dann die neue Casino-Stadt einen kleinen, ja, Startbonus geben, einen kleinen Geldboost, um dort wirklich alles bauen zu können, was wir wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wir in, äh, Las Vegas, ich mach mir langsam aber sicher Sorgen, dass die Stadt nicht, ähm, lädt. Ich werde diese Sorgen aber einfach überlabern, wenn wir in, äh, Las Vegas, ähm, dann Casinos bauen, dann für, für Leute der niedrigen Einkommensschicht, das ist am Anfang das Beste. Dazu eine Messerhalle, ihr habt mir alle eine Messerhalle empfohlen, das werde ich auch tun, aber nicht in, äh, Egon Sonntagsberg, denn dort haben wir schon so große Verkehrsprobleme, dass ich da lieber drauf verzichte, noch mehr Leute in die Stadt zu holen. Das machen wir dann echt in, äh, Las Vegas, wo wir auch Leute von außerhalb da haben wollen, die dann im Glücksspiel ihr Geld verlieren und wir da ordentlich was einnehmen. Ähm, ja, sieht so aus, als ob das nichts mehr wird. Ich hoffe mal, er war in der Lage, unsere Fortschritte zu speichern. Generiert Welle der Unzufriedenheit, das stimmt allerdings. Die generierst du gerade, liebes Spiel, liebes Server. Lass, wenn, weißt du, wenn du eine Sicherheitskopie auf, äh, lokal auf meinem Rechner gemacht hättest, dann würdest du jetzt schon drin sein. Aber, wer bin ich, sowas zu beurteilen? Ich habe das Spiel ja nur wahrscheinlich länger gespielt, als die Programmierer alt sind bei Maxis. Sehr schön. Ähm, ich, ich sehe, ich sehe, ich sehe das Spiel nicht laden. Ich mache hier mal einen Cut, einen Break und, äh, melde mich wieder zurück, wenn wir da in der Stadt sind. Hoffe ich doch, wenn überhaupt. Aaaaaaah. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Äh, warum mache ich die, äh, Begrüßung für eine neue Folge, wenn ich doch hier die Folge fortsetze? Weil ich tatsächlich das Spiel abbrechen musste, um wieder reinzukommen. Und, äh, falls ihr euch fragt, warum ich immer die Gebäudedichte-Karte am Anfang zeige, das liegt nicht daran, dass ich, äh, die schließende Information so unglaublich hilfreich finde, sondern daran, dass, äh, man mit F9 sowohl die Aufnahme beginnt, als auch die Gebäudedichte-Karte aufruft. Soviel dazu. Ist unser Keinkraftwerk da? Yeah! Ist unser, äh, Forschungsprojekt am Start? Yeah! Äh, 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 dann gehen wir wieder raus. Oh, Egon hat Probleme in Las Vegas, das braucht da Geld und in C, wie großes Industriegebiet, ist er einfach nur unzufrieden. Es ist so, so ein allgemeiner Zustand, wo ich einfach, weißt du, irgendwie nicht so klarkomme mit, mit mir und der Welt und der Umwelt und so und der, der Weltgeist ist auch momentan einfach gegen mich, glaube ich. Ich, ich hab mir jetzt zwei, drei T's gekauft, mit denen ich dann hoffentlich auch ein bisschen mehr entspannen kann. Der eine T, der eine T, den meine Mitbewohnerin gekauft hat, heißt tatsächlich Basis der Seele. Daraufhin, äh, haben wir die Theorie aufgestellt, dass manche Straßen beleuchtet sind und manche nicht, haben wir ein Energieproblem hier. Wir haben die Theorie aufgestellt, wir haben tatsächlich Energieprobleme, das kann doch nicht sein, sag mal, wir haben doch Überschuss. Uh, 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 ist das Geld jetzt angekommen? Wir haben die Theorie aufgestellt. Jetzt, lass dich doch nicht den mal unterbrechen. Nee, wir zahlen Kredite ab, annehmen. Äh, 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 wo, ah ja, nee, das müsste hier irgendwann ankommen, okay. Zahl uns den auch noch, da auch noch ab. Wir haben es ja, annehmen. Genau, wir haben nämlich jede Menge Minus pro Stunde, das muss nicht sein. Und dann warten wir hier ganz kurz darauf, dass, äh, das Geld aus Egon Sonntagsberg ankommt. Das kann ja jetzt nicht mehr lange dauern, das müsste doch hier irgendwann, oh, da hinten fährt er da hinten, oder? Das ist er, das ist er. Seht ihr das? Da ist ein, ähm, schneller. Uuuu, 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 da ist ein, äh, äh, öffentliches Gebäude-Symbol da. Und tatsächlich ist das ein Geldtransporter. Halt, halt, ich möchte dich genau angucken. Ich möchte sehen, wie du aussiehst. Uuuuuaah. Ne weißes Tratschlimo, sehr schön. Und da kommt das Geldgeschenk jetzt an. Man kann es auch noch offensichtlich sicher machen Wenn ich ein Verbrecher wäre Ich würde das Auto sofort hier anhalten Fragen, ob sie mich mitnehmen können Stück Und mit dem Geld wieder aussteigen Hier unten sind ganz viele Häuser verlassen Aber Wie wir jetzt sehen Müsste das Geld Zu ermieten Ach, das ist mir egal Jetzt fährt er wieder weg Ah, aber wir haben das Geld bekommen Yay Und, äh, ja Ach ja, genau Ich wurde darauf hingewiesen Theorie Erste Theorie Und dann das Geld Die Theorie ist nämlich folgende Dass, ähm, Menschen ihren Tee Nicht nach den Inhaltsstoffen kaufen Also nicht nach Ah ja, da ist, äh, der Chilling drin Und, äh, Kirscharomen Der Chilling Kirsch Ähm, sondern Sie, sie kaufen es den Versprechungen wegen Die der Tee praktisch, äh, aufstellt Wenn er sagt Entspannung Oder aber Basis der Seele Oder aber Anti-Stress Und, ähm, ja Die meisten Tees Gehen auch in diese Richtung Denn, wann trinkt man sonst Tee? Tee trinkt man jetzt ja nicht unbedingt Um hier Oh, 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 oh Weißt du was? Dann machen wir die komplette Straße weg Dann seht ihr, was ihr davon habt Ja, ha, ha, ha Boah Er dreht wieder durch Ähm, ähm, was wollte ich machen? Warum haben wir hier keine Verbindung zwischen den Straßen? Das ist doch, äh, wofür auch eigentlich Naja, damit die hier nicht, äh, ständig hin und her fahren müssen Naja, gucken wir mal Und, äh, blööööäh Naja, jetzt haben wir das Geld und können noch tolle Dinge bauen Wie eben zum Beispiel Halt Die Theorie habe ich gesagt Jetzt sage ich noch, was man mit dem Geld auf sich hat Ja, ich wurde ja gefragt, warum ich so viel Geld mache. Profite unter Transaktion des Monats. Ah, hier sehen wir doch plus 351.000. Das wird mir hier unten leider nicht angezeigt. Hier unten wird mir nur angezeigt, dass wir pro Stunde 1.751 Verlust machen nach Steuern und Ausgaben. Ähm, dazu kommt ja aber, dass wir durch den ganzen Verkauf von den ganzen Rohstoffen jede Menge Geld machen. Hier sehen wir das. Rohöl, Rohöl, Roherz, Roherz, Rohöl. Ja, alles seit wir eben angefangen haben zu labern. Umsatz gemacht. Circa 10.000, ja, über 20.000. Und, äh, ja, das wird hier unheimlich eingerechnet, denn er kann ja nicht wissen, der Stadtbudgetant mit dem, äh, modischen Schnurrbart, wann und wo etwas verkauft wird. Jetzt habe ich hier eine Straße gebaut. Okay. Äh, nee, habe ich nicht. Genau, kann er ja nicht wissen. Und deswegen, Export sehr gut, ähm, ja, wird das hier nicht mit aufgeführt. Das bedeutet, obwohl wir hier ein Minus stehen haben, machen wir fette, fette Gewinne. Ähm, ah ja, die wir alle brauchen, um hier ehrlich mal das Zeug zu bauen, was wir schon lange bauen wollten. Ich habe schon wieder vergessen, was wir hier alles bauen wollten. Elektronik, Elektronik ist immer gut, kostet aber eine halbe Million. Metallzentrale. Hätte gerne eine Ölabteilung, eine, eine Schmelzofenabteilung. Ein Schmelzofen, oh mein Gott, das wär's. Sorgen Sie dafür, dass die Frachtschiffe zwei Fahrten absolvieren. Das würde ich gerne. Dafür müssen wir aber, ist das Handelsbüro auf Export gestellt? Ich gucke mal lieber, ja. Dafür müssen wir aber in dem Umschlagsplatz dort unten im Süden, ähm, Lager errichten können für Kohle oder, oder Rohärz oder so weiter. Dafür müssen wir in der Rohölzentrale eine Gewerbeabteilung aufstellen. Dann können wir, Gewerbeabteilung, 400.000, können wir uns nicht leisten. Dann könnten wir Öl über den Umschlagsplatz verkaufen nach draußen. Wir können aber auch in der Metallzentrale eine Gewerbeabteilung, Schmelzofen, Gewerbeabteilung bauen. Dann können wir Metall verkaufen. Da wir aber noch keine Metalle haben, die wir verkaufen könnten, weil wir ja erstmal noch eine Schmelzofenabteilung brauchen, ist das alles, äh, gar nicht mal so einfach. Um das ganze Zeug aber zu machen, brauchen wir Geld. Und das machen wir jetzt. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Die Butter lasse ich mir nicht vom Brot nehmen. Jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir die ganze Zeit gesagt, oh, lasst uns eine große Casino-Stadt, Grundsuche mieten. Das ist mir egal. Lasst uns eine Casino-Stadt machen. Und jetzt habe ich keine Casino-Stadt gemacht. Nicht genehmigt. Brauchen wir auch gar nicht. Wollte schon wieder ins Rathaus, um einen Kredit aufzunehmen, anstatt hier unten drauf zu klicken. Kredit A, 100.000. Kredit B, 100.000. Kredit C, 100.000. Und tadaa. Und schon haben wir die halbe Million, die wir fast brauchen, um das hier mal alles zum Rollen zu bringen. Wir können entweder in der Handelszentrale eine Ölabteilung, ne, Metall-Rohöl-Abteilung, für 400.000 bauen. Wieso eigentlich? Wenn wir doch in der Rohölzentrale für 200.000 eine Gewerbeabteilung bauen können, die aber, oh, ne, kostet auch 400.000. Ah, wenn wir Öl exportieren wollen, brauchen wir mal 400.000. Das gönnen wir uns aber. Das gönnen wir uns. Und zwar hier, da, mir, ja, ist eh nicht... Oh, wow. Boah. Ist das groß. Sehr schön. Jetzt haben wir bestimmt kein Geld, um hier unten, äh, Rohölzeug zu bauen. Und da sehen wir, ah, nur 20.000. Nice. Her damit. Da eins hin und, äh, da eins hin. Man weiß ja nie, wann man es braucht, ne. Und da noch eins hin. Ähm, Transporter. Habt ihr genügend? Wir haben jetzt auch kaum mehr Geld, irgendwie noch mehr Transporter zu bauen, aber sicher, sicher, nur vier. Wollen wir ein paar mehr, bis wir mal pleite sind, wobei auch nicht zu pleite, denn wir müssen noch, äh, hier, hoffentlich... Okay, zwei Stunden schaffen wir es noch circa, bevor der, äh, böse Bildschirm kommt, der uns sagt, tonst du etwas? Bevor wir da pleite sind, aber, äh, beim Handelsdepot, bei der Arbeit, guck mal, können wir jetzt... Ne, Limit erreicht, schade. Irgendwann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass, ähm, das habe ich mal in der Multiplayer-Region, ich glaube, beim ersten Multiplayer mit mir, mit mir, beim ersten Multiplayer mit mir, bei der ersten, beim ersten Multiplayer-Livestream gesehen, dass man die Handelsdepots dann unendlich weiter weitern kann, wo eben Platz ist. Und, ähm, ja, das muss irgendwie auch gehen. So, wir verdienen jede Menge Geld, äh, Geld, Gold, Gold, und können hoffentlich dann demnächst zwei Frachtschifffahrten absolvieren, dann wäre das hier gelöst. Verdienen Sie mit Metall täglich, das können wir nicht. Äh, stellen Sie eine Ölraffinerie auf, betreiben Sie 50 Barrel Treibstoff pro Stunde. Raffinieren Sie eine Ölraffinerie, dafür müssen wir mal wieder in die Ölzentrale, nicht wahr? Die wir aber noch gar nicht upgraden können, weil wir nicht so viel Geld, äh, Gewinn mit Rohöl machen, aber wenn das Ding hier erstmal da ist, dann schon. Dann, äh, muss ich aber gucken, dass wir noch eine Ölförderanlage aufstellen, und ich hoffe, dass wir noch Platz haben. Oh, wie mehr hier noch Platz haben? Nur, leider haben wir zu wenig Simoleons. Das bedeutet, warten, bis wir Geld haben, mehr Roh-Ölförderanlagen aufstellen, auch als Ölpumpe bekannt, um dann hier das ganze Geschäft zum Laufen zu bringen, und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und freue mich darauf, euch morgen wieder präsenten zu dürfen. Bis dann, euer Egonson.